Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Maskensammlung und da ich hier relativ viel da habe, würde ich sagen, ich starte einfach mal direkt durch. Bevor ich starte, muss ich hier dazu sagen, dass ich aktuell einige Masken da habe, die ich noch nicht ausprobiert habe. Deswegen kann ich da dann nichts dazu sagen bzw. wenig dazu sagen. Und ich starte jetzt einfach mal direkt durch und das starte ich mit den cremigen Masken. Und da habe ich hier zu einem von Lovos die Heilerde Anti-Pickel-Maske. Die finde ich ja super. Die ist für fettige, unreine Haut und wenn ich wirklich da mal Probleme habe, dann kann ich halt immer zu der zurückgreifen. Habe ich jetzt aktuell einmal da, verfeinert das Hautbild und da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich die noch mal da habe. Dann habe ich hier viermal von Schäbens die Todes-Meerschlam-Maske. Auch das ist so eine Maske, die ich immer ganz gerne da habe. Reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser. Finde ich super. Funktioniert bei mir gut. Vertrage ich gut. Hilf gut gegen Ohrenreinheiten. Die trocknet eben auch an und dann kann man die halt eben abwaschen. Sowas verwende ich dann ganz gern, bevor ich duschen gehe, weil man das dann einfach unter der Dusche schön abwaschen kann und nicht die Sauerei hat am Waschbecken. Finde ich auch genial. Dann hatte ich seit langem mal wieder hier diese Bubble-Creme-Maske mir gekauft gehabt von The Beauty Mask Company. Die ist mit weißer Ton eher den Apfel und die finde ich halt super. Die schäumt halt so auf und ich finde die reinigt die Poren sehr schön. Ich finde die angenehm vom Trage-Effekt oder vom Tragegefühl her und finde die auch von der Wirkung her super. Also die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich leider jetzt nur noch einmal die Lemon-Cupcake-Maske hier. Das ist eine LE gewesen von Müller von Cadea Vera von vor zwei Jahren, glaube ich. Ist mit Zitronen und Vanille-Extrakt, Tonerde, Sheabutter und soll eben klare, feinporrige Haut machen und ich mag die auch super gerne. Es ist eben auch eine Maske, die antrocknet. Zu allem hat die einen super tollen Duft, aber die hat auch eine super Wirkung. Also ich mochte die wirklich, wirklich gerne und bin sehr traurig, dass ich jetzt da nur noch eine davon da habe. Dann habe ich hier einmal die Totes Meer-Maske von Cadea Vera. Das ist eine Maske, die eben speziell auch eben die Poren reinigen soll und die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Tonerde, Eigenextrakt und totes Meerschlamm. Da kann man wirklich nichts Schlechtes dazu sagen. Die ist relativ günstig mit, ich glaube, unter 50 Cent auf jeden Fall und das ist eine doppelte Anwendung. Also ich mag die sehr gern. Finde ich klasse. Dann habe ich hier zweimal, die finde ich auch super. Die sollte ich jetzt vielleicht auch mal verwenden. Die Hautklärende Maske, denn das ist eine Maske, die kühlt auf der Haut. Biominze, Mineralerde und totes Meersalz. Die ist eben sehr frisch, die kühlt auf der Haut, wie gesagt, und das ist im Sommer natürlich genial. Die habe ich eben vier Anwendungen, also zweimal zwei und finde ich echt gut. Also die hatte ich mir, ich glaube, irgendwo online nochmal mitbestellt, weil es die, glaube ich, in den Märkten so auf jeden Fall nicht mehr gibt. Ich glaube, in größeren Müller-Filialen gibt es die noch, aber sonst gibt es die sehr selten nur zu kaufen. Dann habe ich hier einmal von Shadens die Erdbeer-Peeling-Maske. Drei-Phasen-Peeling mit AHA und die mag ich sehr, sehr gern. Die mag ich wirklich gern. Es ist eine tolle Peeling-Maske und die macht auch wirklich was mit der Haut, wie ich finde. Und es gibt jetzt von Müller die Strawberry AHA-Peeling-Maske. Die soll sehr ähnlich sein. Ich bin gespannt. Ich habe die hier von Müller noch nicht getestet. Und ja, bin gespannt, wie die sein wird. Vielleicht mache ich da mal einen Vergleich. Schreibt mir das, falls euch das interessieren würde. Und ja, die habe ich auf jeden Fall einmal eben da. Dann einmal hier diese relativ neue von The Beauty Mask Company. Diese Sorbet-Creme-Maske Vitamin Boost. Für jeden Hauttypen. Hat eben so eine Sorbet-Textur. Und da bin ich sehr gespannt. Die packe ich aber auch wieder in den Kühlschrank, weil ich stelle mir das sehr angenehm vor, wenn man so ein bisschen ja draußen war und aufgeheizt ist und das dann aus dem Kühlschrank rausholt. Sehr, sehr cool. Dann ebenfalls wieder Produkte, wo hauptsächlich in den Kühlschrank wiederkommen. Einmal diese Hydrogen-Augen-Maske. Ice Cube von Müller. Die hat ich ja schon einmal aufgebraucht. Habt ihr vielleicht im Aufgebraucht-Video gesehen. Konnte ich nicht wirklich viel zu sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die richtig gut war oder richtig schlecht. Sie war auf jeden Fall okay. Sonst hätte ich es mir gemerkt. Und die kommt aber, wie gesagt, auch wieder in den Kühlschrank. Dann habe ich hier einmal diese Augen- und Lippenmaske. Die wollte ich eigentlich eher so als Augencreme verwenden. Muss mal schauen, wann ich dazu mal greife. Aktuell habe ich die jetzt noch nicht benutzt. Dann Lippenmasken. Habe ich hier dreimal von Balea. Diese normale Hydrogen-Lippenmaske mit Hyaluron und Mandelöl. Zack, die pflegt die Lippen. Die mag ich ja super, super gern. Wie gesagt, dreimal habe ich die da. Ich finde die ist einfach gut. Also die fühlt sich gut an. Die hält gut. Die pflegt wirklich die Lippen auch schön. Also ich mag die gerne. Habe ich eben auch im Kühlschrank. Genauso wie diese beiden hier. Einmal aus dieser Anadessie-Reihe die Hydrogen-Lippenmaske mit Perlenextrakt, Hyaluron und Meerwasser. Und einmal die Hydrogen-Lippenmaske mit Algen-Extrakt. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich denke, die werden vom Prinzip her gleich sein wie die aus dem Standardsortiment, nur halt eben ein bisschen andere Inhaltsstoffe haben. Und dann habe ich hier einmal noch die von Müller. Die Juicy Grapefruit. Da habe ich auch im Aufgebrauchvideo schon so ein bisschen was dazu gesagt. Die färbt leider ab. Also die ist so pinklich-orange von der Farbe her und die färbt leider ab auf die Haut. Was ich nicht schön finde, aber ich werde jetzt die noch aufbrauchen und dann habe ich die auch weg. Und dann einmal ein bisschen ein besonderes Produkt. Und zwar diese Maske hier von Isana Hydrogen-Dekolleté-Maske. Beauty Summer mit Hyaluron und Kollagen. Spendet in sich Feuchtigkeit. Super interessant. Werde ich auf jeden Fall bald mal verwenden. Ich bin gespannt, wie groß die sein wird und ob die denn was macht. Also so für die Haut. Bin ich sehr gespannt drauf. Packe ich aber auch in den Kühlschrank. Ich denke, das könnte ganz angenehm sein. Genau, das waren dann die Masken. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Tuchmasken. Da habe ich natürlich auch sehr viel. Wie gesagt, da habe ich einige noch gar nicht getestet. Deswegen kann ich da halt auch nichts dazu sagen. Einmal habe ich hier diese neue Niacinamid-Tuchmaske. Skin Booster. Strafft und fest die Konturen. Schenkt ein ebenmäßiges Hautbild mit Vitamin B3, Allantoin und Hyaluronsäure. Einmal diese hier. Bin ich super gespannt drauf. Ich mag Niacinamid vom Produkt her sehr, sehr gerne. Deswegen könnte die mir auch sehr gut gefallen. Dann einmal diese Summer Dream Tuchmaske. Die gab es bei meinem DM reduziert. Und deswegen habe ich die mir nochmal mitgenommen. Mit Ananas-Saf, Niacinamid und Hyaluronsäure. Für mein Glow und Feuchtigkeit. Die hatte ich schon und fand die toll. Ich fand das Tuch schön. Ich fand die Düfte toll. Da gab es drei Sorten von. Und ja, sehr, sehr cool. Dann habe ich hier ein Paar von Balea. Einmal aus dieser Flower Dream Reihe. Die Tuchmaske mit Rosenblüten-Extrakt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, falls ihr schon irgendwas für eine Tuchmaske getestet habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr die fandet. Dann einmal die Tuchmaske Fruity Peach. Die ist mit Pfirsich-Extrakt und Hyaluron. Sehr cool. Einmal diese Be Wonderful mit Hyaluron- und Pfingstrosen-Extrakt. Genau. Dann eben auch wieder hier die beiden von dieser anderen CLE. Einmal die bedruckte Tuchmaske Melone. Ne, Meerwasser, Hyaluron, Perle. Und einmal die mit Alge, Hyaluron und Perle. Äh, Alge, Hyaluron und Meerwasser. So. Genau. Die habe ich eben einmal da. Und ich denke jetzt im Juli werde ich auch die Balea-Masken versuchen zu verwenden. Dann habe ich hier drei von Müller. Einmal die Pineapple-Tuchmaske. Die hatte ich auch schon einmal aufgebraucht. Finde ich sehr schön. Dann einmal die You Have The Monkey To My Heart-Tuchmaske. Fand ich auch sehr schön. Roch aber leider nicht nach Banane. Und einmal die Strawberry Chocolate Milkshake-Tuchmaske. Die roch toll nach weißer Schokolade. Hätte mir ein bisschen mehr Erdbeer gewünscht. Aber die fand ich alle drei gut. Und habe ich eben noch jeweils einmal da. Dann kommen wir jetzt zu Rossmann. Da habe ich zu einem von Isana die Ceramide-Tuchmaske mit Hyaluron und Shea-Butter. Die hatte ich ja schon mal aufgebraucht und fand die gut. Deswegen hatte ich sie mir nachgeholt. Dann diese ganzen Disney-Masken. Einmal die Variante Ariel mit mehr Wasser und Hyaluronsäure. Intensiv Feuchtigkeitsspendend. Dann einmal die Belle mit Wildrosenöl und Hyaluron. Einmal die Love You-Variante mit Melone, Avocado und Hyaluron. Dann einmal die Mickey Mouse mit Panthenol und Duo Hyaluron. Einmal die Mini Mouse in Lila mit Niacinamid, Avocado, Öl und Kokoswasser. Einmal die Mini Mouse in Pink mit Hyaluron, Mango und Himbeere. Da bin ich sehr gespannt. Dann einmal Pocahontas mit Hyaluron und Cranberry. Die haben halt alle auch einen Druck drauf. Und einmal diese hier mit Orangenextrakt und Hyaluron. Dann habe ich hier einmal diese neue limitierte Variante mit Vitamin C und Koffein. Vitamin C und Vitamin E, Orangenextrakt und Koffein. Da bin ich auch super gespannt drauf. Dann die Exotic Party Tuchmaske aus der 25 Jahre Isana LE mit Hyaluron, Vanillextrakt und Kokoswasser. Zweimal die Superfood Tuchmaske mit Niacinamid und Pink Grapefruit Extrakt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die sein wird. Dann von Rossmann einmal noch die Sunozone April Tuchmaske mit Aloe Vera, Hyaluronsaure, Erfrischend und Beruhigend. Die mag ich eigentlich super gern für den Sommer. Ich kaufe die mir meistens so einmal. Die kommt tatsächlich auch mit im Kühlschrank. Und einmal diese hier von Sundance, also von DM. Die Aftersun Tuchmaske Caribbean Feeling mit Panthenol. Und auch die kommt mit im Kühlschrank, weil ich das ein bisschen angenehmer finde bei so Aftersun Masken tatsächlich. Dann habe ich hier ein paar Masken von der Firma Frudia. Das gibt es bei Notino. Einmal diese Glowing Tuchmaske mit Zitrone. Ja, die sehen alle so schön aus in der Verpackung her, wie ich finde. Dann einmal Purifying mit Mango. Einmal Balancing mit Passionsfrucht. Calming mit Pfirsich. Einmal Elastizität mit Himbeere. Und Feuchtigkeitsspenden mit Shea Butter. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die sein werden, die Tuchmasken hier. Dann einmal von IDC Institute. Die Avocado-Öl-Maske und die Rosenöl-Tuchmaske, die hatte ich von der Stefanie bekommen, gibt es in Teneriffa. Vielleicht kommt man da auch irgendwie in Deutschland ran, muss ich vielleicht mal gucken. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Dann habe ich hier ganz, ganz viele Tuchmasken noch von Action. Einmal die Berry Nice mit Blaubeere und Joghurt-Extrakt. Die sieht hier so aus. Dann einmal die Bombs Away mit Granatapfel-Extrakt. Einmal die See You Later mit Vitamin C. Dann die Feeling Nuts mit Mandelöl. Bin ich sehr gespannt, ich liebe ja so Mandelprodukte. Dann Let's Avocado mit Avocadoöl. Und die Wild Thing mit Wildrosenextrakt. Dann von der Beauty Department habe ich hier einmal noch die Kaktustuchmaske. Die ist, glaube ich, jetzt relativ neu. Dann einmal Pineapple. Die fand ich gut, die fand ich sehr gut. Die hatte ich auch schon öfters. Dann Coconut. Auch die finde ich super, deswegen habe ich die auch noch einmal da. Und diese Avocado, die habe ich noch nicht probiert. Und ebenfalls, diese hier habe ich noch nicht ausgetestet. The Beauty Department Ain't Nobody Butter Than You mit Shea Butter. Bin ich auch sehr gespannt. Die soll sehr Feuchtigkeitsspendend sein. Ja, und das waren auch schon meine ganzen Masken, die ich da habe. Aktuell geht es tatsächlich von der Zahl her, würde ich sagen. Ich habe aktuell 67 Masken da. Und im Januar dieses Jahr, wo ich ja das letzte Mal die Sammlungen abgefilmt habe, waren es 70. Also habe ich drei an der Zahl weniger. Also finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin auch weiterhin natürlich am Aufbrauchen. Wie gesagt, den Monat werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen um die Balea-Masken kümmern. Und dann im August werden wahrscheinlich die Disana-Masken mal dran glauben. Und genau, ich hoffe, dass euch dieses Sammlungsvideo hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.